Du fährst im Zug auf die Arbeit, hast dein Notebook dabei und möchtest nicht, dass jeder einfach sieht, was du am Arbeiten bist. Dafür gibt es Screen-Protektoren, Schutzfilter, die den seitlichen Blickwinkel einschränken. Ich habe mich für ein recht günstiges Modell entschieden hier für 30 Euro, also Franken, ist jetzt hier in den Franken ausgewiesen, das ist ungefähr 1 zu 1 der Kurs, das ist von einem Nano-Artsorgen-Blick-Schutzfilter, da gibt es auch wesentlich teure, aber ich dachte, ich probiere mal den, weil ich brauche es ja wirklich nur morgens für die Zufahrt und abends für die Zufahrt wieder heim und ich habe auch viel Homeoffice, brauche es meistens nur einmal die Woche. So, das ist also mein MacBook, das Ganze kam hier in so einer kleinen Mappe und was mich jetzt hier so ein bisschen schon mal stört, was sich vielleicht als Nachteilig erweisen kann, es ist irgendwie keine Halterung, glaube ich, dabei, dass man es dauerhaft befestigt. Aber in der Beschreibung hieß es ja auch, man kann es durchaus immer wieder neu nehmen. Da ist zwar irgendwas drauf, jetzt gehe ich mal davon aus, ah, es ist magnetisch, eigentlich relativ cool. Jetzt jetzt hier so draufsetzen, okay, jetzt gehen wir mal von der Seite, sieht man also schon, das ist sehr schwarz, ich darf es jetzt hier wieder wegnehmen. Jo, ich kann es schon gar nicht wegnehmen. Also, das ist schon nicht schlecht. So, was bei diesen Notebooks, Notebook-Protektor-Folien immer das Problem ist, ich kriege es nicht mehr ganz zu. Naja, aber kann man eigentlich mit leben. Ja, und also so geradeaus, wenn man geradeaus drauf schaut, sieht man eigentlich noch alles, finde ich, gut. Jo, doch, das sieht jetzt im Video, glaube ich, schlimmer aus, als es in echt ist. Machen wir hier mal die Helligkeit ein bisschen heller. Also, erster Eindruck ist gut. Gut, ich werde mal hier diese Höhle noch aufbehalten, damit ich es vielleicht auch, falls ich es mal abnehmen will, dass ich es gut versorgen kann. Das Ding kostet um die 30 Euro bzw. Franken für ein 13-Zoll-Gerät. Bei 14 auch noch, bei 16 wird es ein klein bisschen teurer. Und, was ist noch wichtig? Ja, man kann es waschen. Ja, also das ist eigentlich, muss ich sagen, macht das einen guten Eindruck. Den Link zum Artikel gibt es unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich, wenn du darüber kaufst, denn das ist ein Affiliate-Link. Da bekomme ich eine kleine Provision und du unterstützt damit den Kanal. Ja, und ich freue mich natürlich auch, wenn du das nächste Video schaust, was jetzt schon eingeblendet wird. Wir sehen uns hoffentlich dort. Vergiss das Abo nicht. Macht gut, bleibt gesund. Ciao. Ciao.